Ich bin hier, weil ich mich seit vielen Jahren mit Placements und mit Auslandsaufenthalten von jungen Leuten auskenne und gebeten worden bin, zu erläutern, was es an Erfahrungen in den Programmen bisher gegeben hat und was man aus diesen Erfahrungen für die Zukunft lernen kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, realistisch zu sein. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu kommunizieren. Das Schlimmste sind enttäuschte Erwartungen. Das heißt, wenn man Erwartungen ganz hoch schraubt und sie nicht erreichen kann. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu wissen, dass das Programm Qualitätsstandards hat, die helfen sollen, gute Praktika zu machen, von denen auch die Unternehmen etwas haben, und dass die Programme Bildungsprogramme sind. Das heißt, dass es darum geht, dass Menschen Fähigkeiten erwerben, die sie auch in ihrer beruflichen Zukunft gebrauchen können.